Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren, im Grunde könnte man bei von 1907 auch aufhören. Aber gut, wie bei vielen Anträgen der FDP vermischen sich auch hier Wahrheit und Dichtung zu einem tragischen Gesamtergebnis. Ja, es ist richtig, dass sich Elternschaft in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert hat. Ja, traditionelle Erziehungsziele wie Gehorsam und Pflichtbewusstsein werden langsam von moderneren Zielen abgelöst. Und das ist auch gut so. Und ja, Eltern setzen sich für eine gelingende Erziehung zunehmend selbst unter Druck. Das ist alles vollkommen richtig bzw. aus der Forsa-Studie wiedergegeben bzw. erkannt. Aber dieser innere Druck betrifft sowohl Frauen als auch Männer, die dann allerdings im Antrag aufgestellten Behauptungen, Mütter müssten ständig ihr Image verteidigen. Vollzeitmütter gelten als faul, unmodern, nicht vollwertig und raben Mütter. Und Vollzeitmüttern werde ein schlechtes Gewissen injiziert. Basieren worauf? Man weiß es nicht. Auf der genannten Studie jedenfalls nicht. Dort steht nichts, aber auch gar nichts von den hier genannten Thesen. Ich kenne auch niemanden, der über Vollzeitmütter derart denkt. Ich weiß nicht, ob das gesellschaftliches Leben im Umfeld der FDP ist, das wäre bitter, würde aber einiges erklären. Richtig ist vielmehr, dass die beiden wichtigsten Gründe für den gefühlten Stress zum einen, Zitat, die eigenen Ansprüche und zum anderen gesellschaftliche Normen sind. Welche Normen genau, wird nicht näher aufgelistet. Das wäre aber durchaus einen weiteren Blick wert. Ebenso auf das, was sich Eltern wirklich wünschen. Dort stehen dann nicht nur Dinge wie, ich zitiere, mehr Akzeptanz, sondern auch mehr finanzielle Unterstützung durch den Staat, mehr innere Ausgeglichenheit, Lockerheit und Gelassenheit und vor allem flexiblere Zeiten und Orte für berufliche Tätigkeit. Es geht also um viele verschiedene Punkte, bei denen Eltern und Kinder unserer Unterstützung bedürfen. Sich nur einen beliebigen Punkt aus der Studie herauszugreifen, ihn dann völlig willkürlich auf Mütter zu reduzieren und dann daraus eine sinnfreie Kampagne stricken zu wollen, ist wahrlich absurd. Dies zudem vor dem Hintergrund, dass es doch in NRW für diese Thematik aktuell die Enquete-Kommission für Familienpolitik gibt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass eine Diskussion dorthin gut passen würde. Aber was soll man auch erwarten, wenn auch bei anderen Themen aus diesem Bereich, so zuletzt bei der Anhörung zu jungen Männerpolitik, Positionen vertreten werden, die von fast allen Sachverständigen zurückgewiesen werden. Außer von den ganz rechts anzusiedelnden Maskulisten, die von der FDP-Fraktion eingeladen wurden. Erschreckenderweise. Ich schließe mich Frau Asch an. In der Gesamtheit ist das alles so unglaublich rückwärtsgewandt, dass man sich schon fragen muss, ob hier im Vorgriff auf die Wahlen 2017 prophylaktisch AfD-Positionen besetzt werden sollen. Insgesamt spielt die FDP in der Familien- und Gleichstellungspolitik derzeit jedenfalls eine sehr tragische Rolle. Dieser Antrag ist ein weiterer Beweis dafür und wir werden ihn natürlich ablehnen. Dankeschön.